hallo liebe freunde diego hier herzlich willkommen zurück auf meinem kanal ja lange nichts mehr von mir gehört ich habe leider momentan viel um die ohren aber gestern gab es eben die lange wahlnacht in amerika und viele haben zugeschaut haben gesehen eben was da passiert ist und deswegen habe ich heute ein spontanes video über dieses thema wie wir alle mittlerweile wissen ist donald trump zum präsidenten gewählt worden nun ein paar fun facts zu dieser präsidentschaftswahl also erstens donald trump ist der zweite us-amerikanische präsident in der geschichte der vereinigten staaten der eine pause zwischen zwei amtszeiten einlegen musste natürlich nicht freiwillig der erste war ein gewisser grover cleveland us-präsident von 1885 bis 1889 und danach von 1893 bis 1897 also ziemlich lange her wir reden von einer zeit in der ja es in amerika keine autos und keine wolkenkratzer gab also das ist ziemlich lange her in der neuzeit oder zumindest im seit dem zwanzigsten jahrhundert gab es dieses phänomen nicht donald trump ist sozusagen der also eben insgesamt der zweite amerikanische präsident mit dieser eigenschaft sozusagen seit dem zwanzigsten jahrhundert ist er der erste präsident mit einer zwangspause sozusagen zwischen zwei amtszeiten fun fact nummer zwei trump sieg war keineswegs knapp sondern ein erdrutschsieg also von einem kopf-an-kopf-rennen was viele deutsche medien zum beispiel fabuliert haben kann nicht die rede sein vorweg gesagt ich bin kein fan von donald trump klar war und ich und bin ich gegen kameran harris joe biden und konsorten aber mein wunschkandidat ron de santis hat lange nicht mehr im rennen und warum ron de santis naja ganz einfach er hatte während der pandemens tatsächlich mit dieser ganzen geschichte nicht mitgemacht also in florida gab es keine maskenpflicht keine impfpflicht keine lockdowns und so weiter und bei trump naja ich sage nur operation warp speed und wer ein schwaches gedächtnis hat der kann gerne danach googeln die wahl war aber zwischen donald trump und kamer harris also nicht zwischen anderen us-amerikanischen politikern wäre ich amerikaner hätte ich entweder für trump abgestimmt oder meinen stimmzelten unter umständen ungültig gemacht aber gewiss für keinen der demokrats gewählt die seit geraumer zeit eine kopie der heutigen sozialdemokraten und grünen sind die reaktionen der mainstream medien naja die ist diese reaktionen sind klar und leider auch die der alternativen medien ich verfolge zwar solche reaktionen in einigen ländern europas und diese sind nicht deckungsgleich mit denen in deutschland aber in diesem video konzentrieren ich mich eher auf die deutsche medienlandschaft denn diese insbesondere die mainstream medien also diese medienlandschaft hat abermals ihre eigenen interpretationen als die fakten in den vordergrund gestellt und wurde von der realität eingeholt der boden der tatsachen ist ziemlich hart aber die hiesigen selbsternannten demokraten sind unbelehrbar und der blick auf die titelseiten der großen deutschen tageszeitungen und magazinen genügt um diesen eindruck zu bestätigen wenn man liest zum beispiel trump sei eine gefahr für die demokratie naja wo diese haltung und zwar nicht nur in bezug auf trump herkommt habe ich öfters in meinen videos erklärt kurzfassung die selbsternannten demokraten bezeichnen die demokratie als solche nur dann wenn sie oder ihre gleichgesinnten parteien gewinnen ansonsten sei dies keine demokratie naja diese auffassung von demokratie ist selbstverständlich keine demokratische auffassung das ist totalitarismus in diesem fall neomarxistische grätinistische linksgrüner multisexuelle totalitarismus die gute nachricht die mehrheit der amerikanischen wähler bewusst ohne gendersprache gesagt hört nicht mehr auf die mainstreammedien noch mal wiederhole die mehrheit der amerikanischen wähler hört nicht mehr auf die mainstreammedien in den usa gibt es zwar keinen staatlichen medienblock wie ard und zf in deutschland alles von den grünen dominiert aber die breite mehrheit der privaten medien also nicht nur cnn new york times und washington post war klar auf der seite von camilla harris und auch die musikindustrie und die filmindustrie bis auf wenige aufnahmen wie zb kid rock und james woods standen voll hinter camilla harris das hat ihr aber nichts genutzt die breite mehrheit der amerikaner hat verstanden dass sie nicht lady gaga beyonce oder robert de niro ist die breite mehrheit der amerikaner hat keinen bock auf inflation gender legalisierung von pederastie sexuelle verstümmelungen von kindern multisexualität enteignung durch stetig wachsende besteuerung kakerlaken fressen zum zwecke des klimaschutzes und generell keinen bock auf grätenismus und die breite mehrheit der amerikaner hat die schnauze gestrichen voll von bunten neomarxistischen diktatoren die grätenismus gender illegale masse migration und zensur für demokratie verkaufen und leute das ist gut so was ist aber mit den alternativen medien ich meine damit die mittlerweile klassischen alternativen medien naja während der nur viso sendung zur wahlnacht genauer gesagt nur flicks sendung hatte ausgerechnet thomas röper behauptet trump wird's nicht gut völlig daneben trump hat wie ein tsunami klar gewonnen der vollständigkeit halber muss ich sagen dass in der gleichen sendung robert stein die richtige prognose abgab er der rutsch sieht für trump ich setze den link in die video beschreibung naja nicht wenige alternative medienmacher hatten das narrativ einer siegreichen kamela harris verbreitet selbstverständlich mit negativer konnotation als möglichen beweis für die erdrückende macht des linken deep state zum glück lagen sie ebenso falsch wie die tagesschau und die politiker viele rechte politiker haben trump gratuliert allerdings nicht nur jene wie weidel oder orban die eindeutig pro putin sind polens staatspräsident andrzej duda ex premiärminister polnische premiärminister matteos morawiecki argentiniens ministerpräsident milej und italiens ministerpräsidentin georgia meloni haben sich über trams sieg gefreut und ihm herzlich gratuliert sind sie verrückt denn das narrativ lautet trump ist putins bester kumpel mit trump wird die ukraine zerschlagen und danach fließt wieder russisches gas nach deutschland nordstrom 1 und 2 werden repariert mit trump wird israel das genozid an den palästinensern beenden müssen weil aus amerika keine waffen mehr kommen werden und die bricks führen ihre alternative währung ein vielleicht sogar gold gedeckt und setzen dem dollar als weltreserve währung ein ende vielleicht sogar mit trumps ein verständnis so ungefähr lautet das alternativ narrativ die realität trump war nie ein freund von nordstrom 1 und 2 hat dies während seiner ersten amtszeit mehrfach zum ausdruck gebracht trump hat während dieses wahlkampfs mehrfach betont lediglich das von joe biden verhängtes exportverbot auf amerikanisches gas nach europa aufzuheben und wieder amerikanisches gas wie öl vom amerikanischen boden zu fördern american oil from american soil und der spruch drill baby drill bohre baby bohre war in diesem wahlkampf allgegenwärtig trump hatte bereits die golem höhen an israel geschenkt während seiner ersten amtszeit dieses gebiet ist der zangkapfel zwischen israel und syrien und trump hatte damals gesagt nein die golem höhen sind israelisches territorium er hatte auch die us-botschaft von tel aviv nach jerusalem verlegt sache die natürlich die palästinenser verärgert hat und trump versteht sich blendend mit benjamin netanjau dorn im auge sind ihm nur zwei jüdische denkfabriken und ngo's die apec und die anti defamation league die ein multikulturelles israel fordern und entsprechend gegen netanjau sind und zu guter letzt dass ausgerechnet mager trump den dollar zu grabe tragen würde ist eine irrsinnige vorstellung in der tat ob trump höchstpersönlich kurz vor dem ende des wahlkampfes verkündet dollar verweigerer mit hundertprozentigen strafzöllen auf allen ihren produkten zu bestrafen eine briggs freundliche aussage ist das nicht und nicht irgendwie eine mainstream zeitung hat darüber berichtet sondern ja oliver janig sogar auf telegram aber da ist auch der o-ton von donald trump zu hören link in der video beschreibung fakt ist aber auch und das ist eine sehr erfreuliche nachricht dass donald trump auf den sogenannten menschengemachten klimawandel pfeift ich wiederhole donald trump pfeift auf den sogenannten menschengemachten klimawandel mit allem was dazugehört und das wird in weitgehend links grün lobotomierten deutschland zwar nichts ändern aber mit trump wird kein staatsgeld mehr an sämtliche progressistische klimaschutzverbände und organisationen fließen diese werden weiterhin auf die finanzierung durch private förderer zählen können aber nur ein staat kann die entscheidenden geld summen und ressourcen aufbringen für diese ganze propaganda für diese ganzen kampagnen und so weiter und so fort und wenn donald trump denen sozusagen den hahn zudreht naja dann verfügen sie auf einmal über erheblich weniger ressourcen mittel und so weiter und so fort das ist definitiv eine sehr erfreuliche nachricht und ich weiß dass es ein frommer wunsch ist aber medienmacher sollten müssten darüber nachdenken was america first heißt es bedeutet eben nicht putin first oder deutsche strike gegen brd gmba first oder ähnlicher bullshit america first und make america great again betonen eben die us amerikanische perspektive und den vorrang us amerikanischer interessen in der inland wie ausland politik die nicht zwingend mit jenen interessen eines anderen landes übereinstimmen müssen klar wenn man den eigenen interpretationen vorrang gewährt also gegenüber der realität dann kommt man natürlich zu ganz anderen schlussfolgerungen bis eben die realität einen einholt fazit also nochmal zum mitschreiben america first nicht etwas anderes first deutsche medien mainstream wie alternativ medien machen abermals die rechnung ohne den wert und dieser wert heißt eben donald trump sie verwechseln die us amerikanische perspektive mit ihrer eigenen interpretation und werden bald erneut auf den harten boden der tatsachen prallen so ist es man sollte eben erst mal auf den o-ton achten und erst dann schauen okay gut was sind die schlussfolgerungen was will dieser man tatsächlich wie wird er die us amerikanische inland und ausland politik gestalten und zwar nicht nur in bezug auf die ukraine klar ist es möglich dass äh donald trump die ukraine fallen lässt oder auf alle fälle sagt okay ähm liebe ukraine ihr müsst jetzt verhandeln ich werde vielleicht äh einige gebiete ab an russland abtreten müssen und für euch ergeben sie die und die vorteile und die und die nachteile et cetera inwiefern auch die äh äh vereinten staaten von amerika weiterhin äh die ukraine äh politisch unterstützen werden oder wie auch immer gut das steht noch in den sternen sozusagen beziehungsweise in den plänen von donald trump aber wir müssen erst mal wissen äh was er tatsächlich vor hat und noch mal ja er hat öfters äh gegen selensky gepolt hat er hat auch eine offene rechnung mit selensky und warum weil selensky damals sich geweigert hat irgendwelche daten über machenschaften von joe und tante biden äh auszugeben klar dass donald trump ja sozusagen eine persönliche rechnung äh gegen selensky offen hat okay das ist offensichtlich auf der anderen seite diese ganze geschichte ja und die bricks und wenn trump gewinnt halt wir haben die bricks gewonnen und der dollar ähm irgendwie geht kaputt und bla 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 das ausgerechnet donald trump also der präsident heute muss ich sagen erneut der präsident von amerika first den dollar zu grabe trägt ähm äh und noch mal äh das hat er selbst gesagt wer den dollar äh irgendwie abstoßt als ähm weltreserve währung der wird von dem neuen amerikanischen establishment eben unter donald trump's führung mit äh unterprozentigen strafzöllen auf allen produkten äh bestraft so ist es einfach auto nicht die interpretation von irgendwelchen zeitungen medien influenza oder wie auch immer also noch mal zum mitschreiben leute macht bitte niemals dass die rechnung ohne denn wird okay und benutzt niemals die deutsche politische schablone auf andere länder das betrifft nicht nur die vereinigten staaten von amerika es läuft nicht überall wie in deutschland aber im gegenteil äh deutschland ist eher die ausnahme als die regeln und das betrifft gleichermaßen die perspektive der mainstream medien äh wie die perspektive der alternativen medien so liebe freunde liebe zuschauer in dem sinne äh vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert meinen kanal und teilt dieses video eure meinung bitte schreibt sie hier unten in die kommentare wir sehen uns demnächst bis zum nächsten mal und auf wiedersehen pfiat euch